ja guten abend ja es ist wieder einmal mehr feierabend an diesem wunderschönen türichsee es ist schon fast ein bisschen ein kitschiges licht die sonne scheint durch die sonnenstorren es blendet mich schon fast ein bisschen das seht ihr ja es ist nicht genau das optimalste licht für diesen film aufzunehmen aber das ist egal das ist gerade diese situation und diese stimmung die in diesem wunderschönen abend am zürichsee herrscht und ich will ja wie auch in meinen büchern nichts verfälschen oder irgendwie etwas sagen erzählen oder was auch immer dass es perfekt ist oder perfekt oder eben perfekt aussieht sondern es ist genau jetzt so in diesem leben zu diesem zeitpunkt so wie es ist sowie mit der wirbelsäule auch also ich bin letztendlich auch wieder gefragt worden christian warum willst du von deinen klienten nicht wissen warum dass sie zu dir kommen ja liebe zuhörer es ist so dass ich von meinen klienten im vorfeld keine informationen habe niemand respektive von niemandem habe ich irgendwie weder einen namen noch ein alter durch eine situation noch eine krankheit oder sonst was im voraus wenn ich den praxisraum betrete auch wenn bei der anmeldung diese sachen angegeben werden mussten oder hätten angegeben werden sollen hat das nichts damit zu tun dass ich das wüsste sondern es ging da effektiv nur darum dass bei der anmeldung wir irgendwo auch eine dringlichkeit abklären und abschätzen müssen also nicht ist sondern meine frau maggie macht das ganze die ganze terminierungen und sie schätzt dann ab im zweifelsfrage fragt sie auch mich wie dringend dass dieser klient dann auch drangenommen werden muss oder wie schnell dass er einen termin bekommt also nur allein für das sind die informationen die ihr im vorfeld abgeben müsst oder solltet ok wenn ich in den raum hinein komme dann spüre ich in meinem körper diese seele diesen menschen diesen körper bereits in mir das heißt ohne dass ihn überhaupt sehe wenn sie sogar vor der türe stehe ich spüre diese person und empfinde genau das in meinem körper in meiner umgebung so wie der zustand von dieser person in diesem moment ist wenn ich den raum betrete nehme ich ihn noch visuell war wenn er aufsteht zur liege hier zur liege geht sich hinlegt nehme ich auf nicht bewusst sondern das läuft alles im unterbewussten wie er sich bewegt wie bewegt er sich durchs leben wie reagiert sein körper wie ist seine wirbelsäule wie ist seine hüfte ist das ist die hüfte schräge ist ein bein nicht korrekt in der hüfte oder ist die wirbelsäule nicht schön gerade oder so geschwungen so wie sie sein sollte das sehe ich und nehme es gleichzeitig auch war wenn ich dann alle an wenn ich dann beginne zum arbeiten und die die länder die hände auf diese diesen körper läge auf die wirbelsäule läge kommt dann ein weiterer kanal dazu und da kommen auch wieso in einem film muss dir vorstellen ich hab dann wie so zehn verschiedene bildschirme vor mir auf einer seite ist das körper auf die andere seite es ist ein gefühl auf die andere seite sind es dann vielleicht bilder die ich bekomme aus einer situation aus dem leben von dieser person dann kommt noch ein bildschirm dazu aus dem vorleben respektive von den vorfahren von dieser person und das was der körper mir genau zu diesem moment über die hände auch mit teilt die schwingungen die blockaden oder was auch nehmen immer das nämlich dann so war und dieses gesamte bild wird dann zusammengefügt und das ist einfach da und dementsprechend arbeite ich mit meinen händen an bestimmten körperteilen gleichzeitig in gedanken löse ich ein thema auf was ich eigentlich im bildschirm gesehen habe eine situation wo diese person diese blockade gegeben hat wo schlussendlich in diesem körper sich befindet mit mit dem gesamten an all diesen bildern komme ich dann irgendwo in harmonie mit diesem körper in eine einheitliche schwingungen in ein einheitliches gefühl wo schlussendlich der körper wieder ganz normal und harmonisch miteinander schwingen kann in der wirbelsäulen seele wird dieses problem angegangen und da fängt zu diesem zeitpunkt der prozess an zu laufen das heißt nicht nur gerade in diesem zeitpunkt wo das problem körperlich gelöst und angegangen wird heißt dass das problem schon gelöst wird das ist eine sache die zeit braucht das ist auch der grund warum dass ich bei meinen klienten in der regel circa drei wochen abstand habe zwischen den verschiedenen sitzungen weil die wirbelsäulen seele die muss das alles zuerst verarbeiten sie verarbeitet es so gibt das das eigene verarbeitete an die nächste seele von den nächsten vorfahren weiter und dort wird es ebenfalls aufgelöst wo dann die die heilung die auflösung von einem problem beginnt das kann ich in dem sinne nicht sagen manchmal weiß es ist es ist bei der urgross mutter wo es angefangen hat dort wird es aufgelöst und wird dann um generation und generation weiter aufgelöst bis zu diesem zeitpunkt von diesem menschen der dann da liegt hat zum beispiel aber diese person dann eine tochter oder einen sohn kann das sein dass dieses problem dort auch bereits über die wirbelsäulen seele übertragen worden ist und sich dann auch gleichzeitig auflöst also es ist eine sehr komplexe aber auch eine sehr spannende arbeit und es ist aber auch sehr sehr schwierig diese arbeit mit diesen ganzen zehn vielleicht auch 20 bildschirmen und verschiedenen geschichten und episoden zu erklären und das ist der grund warum ich nicht von einem kunden irgendwelche informationen im voraus haben will sondern ich will das selbst mit meinen kumpels da oben sehen und erfahren und so können wir das lösen in einer geschwindigkeit die man sich das auf dem normalen wege gar nicht vorstellen kann all die bilder und all das ganze wurde jetzt da aufgelöst wird geschieht eigentlich innerhalb von wenigen sekunden von wenigen minuten und wird dann im ganzen körper übertragen das ganze läuft dann wochenlang noch weiter und verarbeitet das ganze wie gesagt über all die verschiedenen generationen wenn jemand dann das nächste mal kommt ist er nicht mehr am gleichen punkt und so geht dann die behandlung und gehen die sitzungen immer wieder einen schritt weiter das ist auch der grund warum so wie ich arbeite und so wie ich arbeiten darf und diese wunderbaren mittel wie hellsichtigkeit hellfühligkeit und das ganze wahrnehmung sämtliche wahrnehmungen über über sämtliche sinne über die gedanken über die bilder von meinem vor meinem vor meinem dritten auge und alles zusammen ich so verwenden darf dieses wunderbare geschenk dieser unheimlich komplexe angelegenheit und wie gesagt sehr sehr schwer zu erklären aber eigentlich in meinem sinne für mich ist es das normalste auf der welt so wie ich zum beispiel einen kaffee trinke was ich übrigens auch sehr liebe einen feinen expresso und wenn ich denke dass in der einer expresso länge eine sitzung abläuft eine heilung abläuft ist das kannst du dir vorstellen dass es sehr sehr schwer ist das zu erklären und schon umso weniger eine erklärung braucht in welchem zustand dass der körper jetzt in diesem moment bei dieser krankheit oder diesem gebrechen sich befindet das alleine interessiert mich nicht mich interessiert nur der zustand der wirbel schönen seele die effektive ursache eines gebrechens oder eine krankheit also ich weiß ich habe es versucht mich zu erklären meine arbeit zu erklären vielmehr steht natürlich auch in meinem buch oder in meinen büchern das ist es gerade das neuste sieben tage im hippiebus werkstatt handbuch der wirbelsäulen seele ihr dürft dort auch verschiedene beispiele nachlesen und da öffne ich mich über meine bücher und jetzt auch neustens über diesen youtube kanal über diese filme meine arbeit mein wissen es ist nicht eigentlich mein wissen sondern meine erfahrungen mit der wirbelsäulen seele ja es ist sicher spannend also bleibt dran bis zum letzten video in dem sinn einen schönen abend und macht's gut und vielleicht mal da in der praxis danke